Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 25. März 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 587 und ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Zalando, Huawei Finanzchefin, Billie Eilish, Tesla Showtime und Entbündelung. Ich beginne gleich zuallererst mit Zalando. Die haben vor einer nicht ganz so langen Zeit Apple Pay eingeführt. Damit konnte man im Online-Shop, aber noch viel wichtiger, wo die meisten auch einkaufen, auf dem Smartphone und auf dem Tablet mit Apple Pay bezahlen. Smartphone und Tablet natürlich logischerweise auf der Apple-Seite, sprich iPhone und iPad. Und ja, dieser sogenannte, wie man es jetzt nennt, Test oder die Testphase, die Einführungsphase, wurde wieder beendet. Denn von Seiten Amazon sei Apple, von Seiten Zalando sei Apple Pay nicht zu, also nicht, wie sagt man dem so schön, nicht flexibel genug. Die Einfachheit von Apple Pay ist ja, dass wenn man was sieht irgendwo in einem Shop, dass man den Knopf für Apple Pay drückt, kurz bestätigt mit der Face-ID, mit Touch-ID und was auch immer, Passwort. Und dann ist man gleich draussen, sprich das Geld wird überwiesen und gleichzeitig wird auch die Apple Pay hinterlegte Versandadresse an den Dienstleister übermittelt und schon kann der das Paket zustellen. Zalando fehlt da aber dann die Möglichkeit von Packstationen, Zustelladressen, sprich einer Alternativen oder auch einer zweiten Adresse für die Rechnung etc. Da bin ich halt der Meinung von Apple, es muss einfach und schnell gehen, das lieber im Nachhinein ändern können, als dass man eben das Ganze dann wieder kompliziert macht und 5, 6 Klicks und auswählen das und auswählen da. Aber nee, das Ganze muss einfach gehen und wenn man es ja nicht so mag oder alternativ mag, kann man immer noch die Kreditkarte oder sonst Paypal, was auch immer für Möglichkeiten nutzen. Mal schauen, wie lang das es geht, bis das Ganze wieder zurück zu Zalando findet. Vor, ja, mittlerweile ist es glaube ich schon fast zwei Monaten her, sicherlich eineinhalb, wurde die Huawei-Finanzchefin in Kanada verhaftet. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass die liebe Meng Wanshu, ich hätte das lieber bei der Fernandchefin belassen, Namen sind ja immer so ein Ding, wurde, ja, damals als sie festgenommen hat, mit diversen Gadgets festgenommen. Und dabei waren ein MacBook, ein iPhone und ein iPad. iPad der Pro-Version, ein 12 Zoll MacBook und ein iPhone 7 Plus. Schon ziemlich komisch, wenn man bedenkt, dass es zum einen die globale Finanzchefin von Huawei ist, zum anderen aber auch die Tochter des Firmengründers, der nicht auf die eigenen Geräte setzt. Gut, in der heutigen Zeit kann man ja sagen, man sollte nicht unbedingt mehr gezwungen werden, wenn man bei der Firma X und Y arbeitet, auch deren Produkte zu nutzen. Aber das macht schon ziemlich einen speziellen Eindruck, wenn so hohe Tiere nicht deren Produkte einsetzen. Gut, ganz nur Apple-Produkte waren es dann nicht. Auch mit dabei hatte sie ein Smartphone der Huawei Mate 20 Reihe, ein RS Porsche Edition, also die Luxus-Version des Smartphones. Somit eigentlich, ja, sehr speziell, aber ja, wie immer, halt logischerweise, wenn sowas auftaucht, gut für eine klickende News-Meldung ist es leider immer, wenn Apple drin steht. Gehen wir weiter zu Apple Music. Billie Eilish, das war eine Künstlerin oder ist eine Künstlerin, die über das vor kurzem Apple zugekaufte Label eigentlich zu Apple gekommen ist, deren Songs sie auch genutzt haben für die Weihnachtswerbung im letzten Jahr. Und die hat eine neue Platte, die nächstens rauskommen wird und dafür macht Apple jetzt auch bei Apple Music vorab schon Werbung oder Möglichkeiten, das Ganze sich anzuhören oder Probe zu hören. Gleich wie man es früher mit iTunes gemacht hat und da riesen Erfolge erzielen konnte, hat man das jetzt auch bei Apple Music umgesetzt und hier einen neuen Rekord geschafft. Diese sogenannten Pre-Ads, also diese Vorangehörten oder Abonnenten, die sich für diesen Titel oder das Album interessiert haben, sind 800.000 an der Zahl. Also haben sehr viele Interesse an dem Album und man kann sich sicherlich vorstellen, wenn das Album rauskommt, dass das ziemlich schnell dann auch bei den Apple internen Charts und logischerweise dann sicherlich auch bei den nationalen Charts der jeweiligen Länder hochschnellen wird. Spannend, spannend, was sich da so tut und da geht es ja noch weiter, aber da komme ich gleich dazu. Zuerst noch zu Tesla. Tesla hat angekündigt, dass man in Zukunft beim Infotainment System, das man hat, auf Chromium setzen wird. Nach Microsoft nun also auch Tesla, die zum Einheitsbrei und der, ja, für Googlesierung beitragen, soll zum einen Geschwindigkeitsboost geben, aber unter anderem natürlich auch sicherer werden, weil da Google dahinter steckt. Da dürfen wir noch gespannt sein. Es gab auch einen Hack, wo erfolgreich ein Model 3 gehackt wurde, ein Hackathon quasi, wo die Hacker in einem Webverb die Aufgabe hatten, eben ein solches Modell zu knacken und da ist man dann über Möglichkeiten reingekommen. Der Chromium Engine, das müsst ihr euch mal ein bisschen genauer anschauen, wenn es euch interessiert. Einen Link haben wir in den Shownotes zum Reinlesen. Das Preisgeld für den erfolgreichen Hack lag übrigens bei 35.000 Dollar und nicht, wie viele Medien behauptet hatten, gab es da einen Tesla obendrauf. Das sind andere Wettbewerbe, wo es sowas dann auch dazu gibt. Ja, spannend, spannend. Auf jeden Fall immer gut, wenn Hersteller ihre Software von der Öffentlichkeit testen lassen und eben auch so Preisgelder ausschreiben, damit das Ganze einigermassen attraktiv wird. Wir werden sehen, wann die ersten Modelle ausgeliefert werden oder die ersten Updates kommen, wo der Chromium dann mit drin ist und inwiefern, dass dieser Hack dann auch realistisch ist. Man muss ja vielleicht auch ins Gerät reinkommen und solche Geschichten. Das wird sich dann erst zeigen. Ich nehme auf jeden Fall an, dass Tesla das Ganze vorab fixen wird. Dann kommen wir noch zum heutigen Tag. Heute ist ja Showtime. Der Apple-Event wird heute Abend um, ich glaube, diesmal ist es 18 Uhr, behaftet mich nicht ganz genau darauf, 18, normalerweise sonst 19 Uhr, findet das Event statt, wird live übertragen von Apple selber und gibt diverse Plattformen, die natürlich sogenannte News-Ticker machen, wo ihr das Ganze nachlesen könnt, zeitnah. Und ja, auch wir hier zum einen in der Daily werden sicherlich morgen das eine oder andere zu berichten haben, aber auch in der News-Folge, die in dieser Woche herauskommen wird, werden wir am Mittwoch aufzeichnen und sogenannte Ende Woche herausfallen lassen. Da haben wir schon ein bisschen einen besseren Überblick, als wenn wir direkt nach dem Keynote darüber sprechen. Ja, wir dürfen gespannt sein. Ich will da jetzt nicht ins, wie sagt man so schön, in die Glaskugel schauen. Das überlasse ich anderen. Ich möchte einen Schritt weiter gehen und zwar in Richtung der letzten News und die geht in Richtung Amazon. Die deutsche Monopolkommunition, genau, doch, stimmt schon, hat nämlich Amazon Prime im Visier. Die Möglichkeit neben dem Marketplace, welcher Amazon hat, dem Shop, den sie haben und eben diesem Prime-Modell, wo sie verschiedene Geschichten in einem Abo drin haben, ist ihnen ein Dorn im Auge und sie möchten am liebsten, damals wie bei Google und, wo haben sie es noch getan, bei Microsoft ganz früher, das Ganze teilen, auftrennen. Finde ich sicherlich nicht den verkehrten Weg. Hatten wir schon mehrfach auch in der Geek Talk News-Folgen, dass sich da in den nächsten Jahren was tun wird. Dessen ist sich ja auch Jeff Bezos gewahr und hat das auch schon mal kommuniziert. Somit dürfen wir gespannt sein, was dabei rauskommt und noch mehr gespannt sein, wie sich das Ganze dann global auswirken wird und ob das auch sonst noch irgendwo durchschlagen wird. Das waren es die News vom ersten Tag, die ich heute für euch bereit hatte. Euch wünsche ich einen wunderschönen Start, einen guten Start in die neue Woche, einen tollen Montag und ja, wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Euer Pough Kipsi, bis dann. Hört mehr Geek Talk.